Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Zwischen Pegnitz und Piazza. Heute bin ich mit meiner Freundin Barbara Biral im Lokal Il Dolce & Panini in der Hutagasse. Als Tonmetscherin und beeignete Übersetzerin ist sie die richtige Person, um auf ein paar Fragen zu italienischen und deutschen Übersetzungen zu antworten. Buongiorno a tutti, benvenuti in una nueva puntata di Zwischen Pegnitz und Piazza. Oggi sono insieme a mia amica Barbara Biral nel Lokal Il Dolce & Panini nella Hutagasse. In qualità di traduttrice giurata e di interprete, Barbara è sicuramente la persona più giusta per rispondere a un paio di domande sulle traduzioni, in italiano e in tedesco. Barbara, woran abadestu in Zwischen Taglin? A che cosa stai lavorando in questo periodo? Allora, ci sono un paio di cose in cantiere, diciamo le solide cose, comunicati stampa, documenti, delle website, dei testi tecnici. Un bel po' di roba. Also, es sind Webseiten oder Urkunden, 13 Mitteilungen und das übliche. Auch vielleicht Verträge. Anche Contratti. Immagino, immagino. In questo periodo soprattutto. Sì, soprattutto. Baba, was macht eine gute Übersetzung aus? Cioè, che cosa rende una traduzione veramente una buona traduzione? Quando si può dire che una traduzione è fatta bene? Allora, per prima cosa bisogna parlare dei presupposti. Una persona deve disporre di una ottima conoscenza linguistica sia, di entrambele lingua sia, scritta che verbale, orale, e possibili anche una lingua tecnica. Also, die Voraussetzungen, die persönliche Voraussetzungen, sind eine sehr gute Sprachlicke Kenntnis, sowohl mündlich als auch schriftlich und, wenn es geht, natürlich auch eine Fachsprache. Also von beiden Sprachen, das heißt also von der Femmesprache und von der Muttersprache, das ist auch sehr wichtig. Certo del lingua. Madre chiaro, madre del lingua. und nach Sensibilität Linguistica, was dazukommt ist eine sehr gute Allgemeinbildung und ein Sprachempfinden. Sprachgefühl, also richtig. Gibt es noch etwas dazu, zum Beispiel Wörterbücher? Das ist ein bisschen, was du in Beso? E etwas anderes, das in der Traduzion wird, zum Beispiel, im Vocabulario? Certo, das ist imprescindlich. Die Konknezen der Sprach sind aber auch ein Ausgleich. Aber es ist noch ein Teil, im Vocabulario monolingue, Bilingue, mögliche, natürlich im Vocabulario tecnici, in mehreren, das mit zu kremen, das mit der Sprechstiliensten, von il tuo campo di lavoro. Natürlich kann man von Wörterbüchern nicht absehen, die sind auch die technische Voraussetzung einsprachiger Wörterbücher, zweisprachige Wörterbücher, technische Wörterbücher und Fachpublikationen in dem Bereich, in dem technischen Bereich, wo man sich spezialisiert. Okay. Baba, es ist dir sicherlich passiert, irgendwann hast du eine Sprachpanne gefunden, gehört, was weiß ich. Gibt es also vielleicht eine besondere Erinnerung an etwas besonders Wichtiges? Wichtig. Cioè, sicuramente ci sarà capitato su intire papere, di trovare svarioni in tutti questi anni di lavoro. C'è un ricordo particolarmente piacevole o divertente, diciamo così. C'è un'infinità. C'è un'infinità, migliaia, immagino. C'è un'infinità sia dall'italiano al tedesco che dal tedesco al italiano. Certo. Forse, diciamo, nei primi anni della mia permanenza in Germania, ricordo che parlavo sempre di un Rasiertenrasen. Un Rasiertenrasen, interessante. Infatti, tutti si facevano delle risate, invece di Alia io non capivo, finché partivo dal presupposto che si parlasse del... Cioè, in Italiano si parla del prato rasato, il prato inglese che adorano gli italiani. Certo. 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 Welle, è proprio così o ecco qualcosa della cosa bellaковa? Non capito ancora. Certo. Certo. Also das muss ich ja so sehr glücklich sein, wenn jemand sagt, passt schon. Ja, natürlich. Ach so, das hatte ich nicht verstanden. Also bis jetzt mindestens noch nicht. Und das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch und bis zur nächsten Woche mit einer neuen Sendung von Zwischenpignitz und Piazza. Heute habe ich fast nichts gemacht. Ich habe nicht übersetzt und ich bin super glücklich, weil endlich habe ich verstanden, was Roland meint, wenn er sagt, passt schon. Das ist wunderbar. Das ist ein wunderbares Gefühl. Nico, in dem du, auch für den Zukunft, kannst du all die peculiarität der Sprache, der dein Kameramann sagen, dir das ist. Wow, wunderbar. Wir sehen uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.